Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Zocker Mason. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Skippy Quaft. Ja Leute, heute ist wieder Sonntag und was heißt das für uns? Was hat sich alles getan auf Skippy Quaft und Sonstiges? Ja Leute, mir ist aufgefallen, dass ich öfters jetzt die letzten Folge in Bildschirmaufnahmen aufgenommen habe. Deswegen hattet ihr oben auch diesen blöden scheiß weißen Rand. Der ist aber jetzt wieder weg. Ähm, zum Glück. So sieht es auch jetzt wieder ein bisschen besser aus. Nicht immer mit diesem blöden weißen Rand. Das ist mir erst so spät aufgefallen. Habe ich so gedacht, hä, warum ist da immer so ein blöder weißer Rand? Bis ich gemerkt habe, oh scheiße, hatte noch Bildschirmaufnahmen an, anstatt meine Minecraft-Aufnahme. Aber naja, jetzt haben wir es ja wieder hier in dem alten Design. Ja, wieder, ne? So, in dieser Folge werde ich euch jetzt nicht so viel zeigen, denn ich habe ja in der letzten Folge euch gesagt, dass ich in der Prüfungsphase bin. Ich hatte drei Tage in der Woche Prüfung und der Rest der Tage war ich Arbeiten. Heißt, ich hatte nicht so viel Zeit hier irgendwas zu machen. Ich hatte in meiner Zeit hier, wo ich ausgeblich war, was gefarmt und, ähm, noch mehr gefarmt. Zum einen kommt jetzt bald diese Woche. Also die kommende Woche wollte ich ein neues Video hochladen. So in der Woche, ähm, wieder, ich spoilere mal ein bisschen Wizzerkampf. Ich habe ein bisschen meine Freizeit hier mit Wizzerkampf, äh, so Skelett, Wizzerskelette, so, ähm, Köpfe gefarmt. Und ich habe einige. Also jetzt nicht so viel, aber ich muss noch ein bisschen, ein bisschen farben, weil ich will ein bisschen, ja, ein geiles Video draus machen, dass ich so 10.000 Peacons einfach habe. Ja, moin. Nein, Spaß. Ja, da kommt auf jeden Fall auch nochmal ein Video dazu. Und sonst habe ich, wie immer, weiter gefarmt mit meinen Jobs und so ein bisschen Geld gemacht. Und, ja. So, fangen wir erstmal an. Wieder mit den Stats. Money betragt. Betragt, genau. Betragt, ja. Was ist das für ein Deutsch, Alter? Oh mein Gott. Beträgt schon. 13 Mille habe ich schon. Auf meinem Konto. Beim Balltop können wir auch mal gerne schauen. Ja, ne. Hat sich jetzt nicht so groß verändert. Von der letzten Szene. Von der letzten Aufnahme hier von Rexy und Bowie. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt schon 13 Mille und, ähm, das wird gleich auch wieder ein bisschen mehr sein, denn ich wollte euch erst mal zeigen, wie ich es mit den Votes mache. Manche Leute voten ja auch pro Tag halt. Also ich mache es ja auch pro Tag. Aber lösen halt die Votes direkt schon ein. Havi und ich sind einer der Spezialisten, würde ich mal so behaupten, die immer am letzten Tag des Monats alle Votes einlösen und dann gibt es eine Eskalation. Und ich kann euch das ja gerne mal demonstrieren, wie es aussehen würde, wenn man einen ganzen Monat nicht gevotet, also nicht die Votes eingelöst hat, hat, hab, ja moin. Äh, und ja, wie viel Geld das und XP das einbringt. Ich habe extra mal XP weggetan, damit ihr seht, oh, okay, gut, so viel kriegt man raus und dann Money auch. Und da wird jetzt mal der Chat wieder zugespampt. So, wir haben ja hier, ähm, 13 Millionen und 52.000, sagen wir 52.000, dann machen wir einmal hier Claim All und dann seht ihr auch im Chat schon, bam, Eskalation. Uh, warte mal, so und so. Ja, Mann, Alter, so sieht das halt aus. Hat Wurzelreich, hat Wurzelreich. Ich habe 51 Level jetzt bekommen und, ja, jetzt habe ich schon 13.284.000, heißt, ich habe 200, äh, 230, keine Ahnung, sowas in der Art bekommen. Äh, ich weiß, habe zweimal vergessen, aber naja, so, also zwei, ähm, Balltop machen wir nochmal. Da seht ihr das jetzt nochmal im Detail. 13,2 Millionen haben wir jetzt schon und, ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice. Bald kommen wir auf die 14 Millionen. Ja, moin. Äh, Geld ist jetzt nicht mehr so wichtig für mich, sondern für mich ist es wichtig, äh, Jobs Level hochzubringen. Dort hat sich auch dann einiges noch getan, ein bisschen, also ganz, ganz bisschen, äh, Jobs Stats. Dort bin ich jetzt schon auf 165 Landwirt. Ja, 165 Landwirt, Minerarbeiter bin ich immer noch gleich. Da hatte ich nicht so viel Zeit, ich habe ein bisschen mehr im Landwirtschaft gearbeitet. Äh, ich glaube, ich war 63 oder so im letzten Folge, glaube ich. Da hatte ich auch nicht so viel Zeit, aber jetzt sind die Prüfungen halt vorbei und jetzt kann ich wieder schön Gas geben, Leute. Ich will auf jeden Fall die 200 schaffen in Landwirt und dann bin ich glücklich. So, äh, eventuell später, wenn ich Level 200 bin oder so und mal schauen, äh, was ich hier noch machen will auf dem Server, also aufs CB. Ich wollte ja eigentlich die Stadt weiterbauen, das können wir auch eigentlich gerne machen, aber ich glaube, ich wollte auch bald mal mit Havi. Havi hatte auch Bock irgendwie anzufangen, Skyblock zu machen, dort alles auf Platz 1 zu sein und dann, ähm, ja, schauen wir mal, ob wir das machen oder nicht. Aber, ihr könnt ja schon mal drauf gespannt sein, ob wir Skyblock, Skyblock, genau, Skyblock spielen werden. So, ja, gebaut habe ich halt nix. Ist ja auch mal okay, ne, ich hoffe, ihr seid nicht traurig und so weiter und so fort. Und, ja, sonst können wir mal noch schauen, on time, Leute, 45 Tage, fast 43 Tage schon am Stissel, dem Mizzle. Bowie überholt mich auf jeden Fall, da sage ich mal nix. Und, ähm, ja, habe ich sonst noch was vergessen, was ich zeigen wollte? Ich glaube, ich glaube nicht, ne? Ne, glaube ich auch nicht. So, ähm, ja, ich würde dann sagen, das war es eigentlich ja schon von der Sonntagsfolge. In der nächsten Folge würde ich, glaube ich, mehr zeigen wieder, äh, weil da habe ich ja auch jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit, nach der Arbeit auch ein bisschen zu zocken und nicht zu lernen, dies, das, jenes. Ach, endlich, befreit von den ganzen Prüfungsscheiß. Ach, armen, kapi. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und wir sehen uns gerne in der nächsten Sonntagsfolge wieder. Bis dahin, haut rein, tschö, mit Fü. Bis dahin, haut rein, tschö, mit Fü.